Leben in Zeiten von Corona. Vorstellung vs. Realität. Aktivitäten. Vorstellung. Realität. Pflege. Vorstellung. Alles gut. Ich glaube, wir sind fertig. Realität. Augenbrauen sind mal wieder zusammengewachsen. Egal. Geht noch drei Tage. Unterricht. Vorstellung. März 2020. Für SARS-CoV-2. Ich weiß, was du antwortest. Realität. Essen. Vorstellung. Realität. Treffen. Vorstellung. Realität. Quarantäne ist voll langweilig. Ich bin wieder in Schule. Ja, ich kann auch. Wir bleiben zu Hause. Ja, ich bin wieder in Schule. 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 Vielen Dank.